Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play, WiiWi War of the Ledge King Und zwar sind wir ja immer noch in der bojanischen Stunde, aber ich habe mir überlegt dass wir uns doch mal in die Drachenöde machen Macht doch auch ein bisschen Sinn hier Und zwar, und zwar, gehen wir jetzt mal hier hin Gucken wir nämlich gleich auf meinen Verkäufer Ups, doch, doch alles gut Wie haben wir das denn eigentlich geschafft? Ja Die Küste Okay, jetzt warten wir noch Dann können wir schon überlegt holen, weil ich gleich ein neues Weg mal Und mein Freund ist zwar gut, aber etwas groß geworden Daher Da hat die noch los Ich habe gerade geguckt, wir haben noch recht früh Wir haben jetzt gerade 6 Uhr Die Leute, der geht es hier, wie wir sehen Haben jetzt Okay, mal geguckt Hier, 63 Leute sind noch mal Das sind 6 Uhr, soll ich sagen Und ein wenig plaudern So Und sowas Und sowas Jetzt müssen wir die Klammer umwachten Jetzt müssen wir die Klammer umwachten Irgendwie Okay Ah, okay Okay Okay, so Dann können wir noch die machen Dann können wir noch mal auf ein neues Bett, wie gesagt Die Zähnen Wiederverlieben Zurücklassen, nahe in den Fokus setzen, die freigeben. Was ist das denn, Dämon? Das heißt, das könnten wir nicht zählen? Schade. Ich meine, das ist eigentlich doch auch ein Wildtier. Oder das wird später erst zu einem Tier. Was ist das denn? Was ist das denn? so mal heute bei es ist Können wir noch ein kleines Mammut sehen? Nichts sehen, schade. Das wäre doch lustig. Das wäre doch lustig, wenn man das könnte. Das ist das, der heute Shizaka, ne? Oh, ja. Ähm. Alles denn? Hier könnte es wissen. Ich muss nur davon nicht auf irgendeinem Befand nippen. Okay. Okay. Kram. Der Mammutvernichter. Okay. 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 Oh, das ist eine kleine Niveau. Oh man, das ist immer was Oh man, das ist immer was Oh man, das war Oh, das war nicht alles Ah, das war nicht Ah, das war nicht Oh weia, ey Hm, dann war der schneller Ah, das war nicht Ach, guck mal, man kann sogar Skinnen, wenn man eigentlich Oh, wir haben auch Toolspec Nun kann auch Skinnen, wenn wir tot sind Blatt ist tot, ja Ja, das weiß ich wohl Achso, wir hatten keinen Marner Gut, ähm Gut, ähm Ah, das hat nichts Was essen Ich hab irgendwie immer Glück mit dem Sarana gestocht Ich glaub einfach irgendwie nichts zu essen Ich hab nicht mehr 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 Ich habe das in 50 Autos geholfen. Ich habe das in 50 Autos. nicht sie ist nun wird er noch ein Verkürstel geben Scheint nur zum Teil zu funktionieren. Oh. Man hat immer so viel zu tun in die OV, das finde ich unglaublich. Ja, man hat so viel zu tun manchmal. Aber das ist doch am Privatserver, es läuft einem nicht davon. Oh, hier war nur so wenig, ne? Lustig. Auf Gold, bitte. Ne, wir haben keine Ohren. Okay, der ist ein Typ. Wir lassen die Küsten, dann kriegen wir nämlich noch eine Schiefmitte für. Hier, wo es verkaufen ist, verkaufen. Ich dann noch aus. Also, dann fliegen wir jetzt erstmal nach hier. Ah, okay, die geht auch noch zu dem Erfolg hier. Mit den Deltas da. Mit den Deltas da. Oder Deltas, Deltas. Wie auch immer. Da haben wir jetzt auch direkt im Flugpunkt, wenn wir den schon haben. Ich glaube nicht. Wohl, ich war hier dann hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Okay. Äh, wo haben wir der Macht genommen? So. Ich will mich gar nicht annehmen. auch nichts zu verkaufen. Oh, das ist doch elendig. Okay. So. Wir fliegen nach da. Todesabwehr. Ja. Aber. Ich gerade so sehe, wie machen wir das in der nächsten Folge. Und wir haben jemand zum Einkaufen, Verkaufen. Schön. Aber in der nächsten Folge gesagt. Dann würde ich sagen, lasst ein Abo da oben da, wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht habt. Und würde ich sagen, sind wir in der nächsten Folge. Und dann heißt Let's Play Wii Wii. War of the Lich King. Und damit auf Wiedersehen.